Ich habe ja segeln gelernt, damit ich nicht schwimmen muss, aber wenn wir hier schon Wasser haben und aufs richtige Wasser mit der Segelschule ja noch nicht dürfen, dann können wir vielleicht hier auf dem Pool ein bisschen was machen. Aber du willst jetzt nicht auf dem Pool segeln gehen, oder? Das wäre durchaus eine Möglichkeit, aber hier kann man ja noch viele andere Dinge machen, aber so segeln, das wäre schon mal eine nette Sache, auf jeden Fall. Was hältst du denn davon, weil ich dich gerade so sehe mit dem aufgeblasenen Trockenanzug, wenn wir uns am nächsten Dienstag über Sicherheit auf dem Wasser unterhalten, persönliche Sicherheitsausrüstung zum Beispiel? Ja, können wir gerne tun. Ich habe jetzt zwar so ein bisschen Luft in dem Anzug drin, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich sicher ist, weil ich glaube, wenn die Luft zu den Füßen geht, dann ist mein Kopf auch ganz schnell unter Wasser, dann hört mich auch keiner mehr, kann auch Vorteile haben. Na ja, also Sicherheitsausrüstung, ich bin dabei, auf jeden Fall. Vielleicht Rettungswesten und mit der Rettungsweste könnte ich auch mal hier in den Pool springen. Das wäre doch auf jeden Fall mal ein Bild. Da kriegen wir was hin. Dann sehen wir uns nächsten Dienstag, 18 Uhr und du springst in den Pool mit der Rettungsweste. Ich freue mich drauf. Wünsche dir noch einen schönen Tag im Pool, Olli. Ciao. Tschüss.